Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie ist großartig, der Inbegriff englischer Tugend und Weiblichkeit Eines Ferntages werden Frauen Wahlrecht haben und das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper Wer ist sie? Das ist Emilys Schwester Charlotte Ich versichere Ihnen, wir Frauen genießen körperliche Lust genauso stark wie Männer Der Hälfte der Frauen der Stadt Vergnügen zu bereiten ist gar nicht so leicht Madame, mit Vergnügen hat das nichts zu tun Es kommt wahrscheinlich darauf an, ob man am Tisch sitzt oder auf ihm liegt Auf Wiedersehen! Ein richtiger China-Kracher, die Kleine Ist irgendwas mit Ihrer Hand? Nur so ein Stechen Ich muss einen Weg finden, diese Frauen weiter zu behandeln Mein neuer Generator Mein Gott Es macht die Hand so warm und es prickelt Ach, wirklich? Das ist es! Das ist die Lösung! Scheißding Ich bin sicher, wir stehen erst am Anfang einer revolutionären Entwicklung Den Frauen wird ihr rechtmäßiger Platz nicht länger verwehrt bleiben Wird sich das durchsetzt? Das weiß ich nicht, aber stell dir vor, jeder hätte so ein Gerät Wie wollen Sie das Ding nennen? Ich wollte es Federstaubwägel nennen Ich bin sicher, ich bin süß Untertitelung des ZDF, 2020